Hey Kevin, mach doch mal einen Cocktail mit Loco Juice. Sehr gern, wir machen jetzt den Loco Juice Mojito. Zuerst gehen wir eine halbe bis drei Viertel Limette in ein Glas. Dann ein bis zwei Löffel Rohrzucker, da könnt ihr ein bisschen variieren, je nachdem wie süß ihr das Ganze haben wollt. Ich mach jetzt mal mit zwei Löffeln. Jetzt alles klein machen, so dass sich der Zucker schön mit der Limette verbindet. Jetzt brauchen wir frische Minze, davon so sechs bis zwölf Blätter. Jetzt kommen sechs CL des Loco Juice Watermelon Minze hinzu. Jetzt kommt eine gute Portion Crushed Ice hinzu. Und dann fünf bis sechs CL weißen Rum. Jetzt noch alles gut miteinander umrühren. Einfach schön von oben nach unten alles ziehen, dass sich die Zutaten miteinander verbinden. On top geben wir jetzt nochmal ein bisschen Mineralwasser. Einfach so einen kleinen Spritzer. Jetzt kommt noch ein bisschen Minze als Deko. On top, ich schlage die einfach mal hier am Glasrand an. Dann haben wir diese Aroma der Minze schön in der Nase. Ein Trinkanko drauf und fertig ist der Loco Juice Mojito. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was für Cocktails wir noch machen sollen und lasst ein Abo da.